Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es meine Retention zu Never Doubt von Emma Scott und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. In Never Doubt geht es um Willow und Willow ist seit einem schrecklichen Ereignis im letzten Sommer nicht mehr dieselbe und ihr Vater wird dann in eine Kleinstadt versetzt und sie müssen umziehen und Willow hofft, dass es für sie ein Neuanfang werden kann. Alle sagen ihr, dass sie sich von Isaac fernhalten soll, er sei gewalttätig, genau wie sein Vater, doch Willow spürt sofort, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Als Willow Isaac zum ersten Mal in einem Theaterstück spielen sieht, ist sie fasziniert von seinem Talent und sie erkennt, dass er alle Gefühle, die er in sich trägt, nur auf der Bühne zum Ausdruck bringt und zwar nicht mit seinen Worten, sondern mit den Worten des Charakters, den er spielt. Nichts wünscht sie sich mehr als einen Ort, an dem sie all ihre Gefühle hinauslassen kann, ohne jedoch die Wahrheit auszusprechen und somit wird das Theater der Ort, den sie braucht, da sie dort heilen kann. Zwischen Willow und Isaac entstehen Gefühle, mit denen Willow nie wieder gerechnet hat. Sie hat gedacht, dass sie nie wieder so empfinden kann. Doch Willows tyrannischer Vater verbietet ihr den Kontakt zu Isaac und Isaac wird auch bald die Stadt verlassen. Wird es ein Happy End für die beiden geben? Das müsst ihr immer selber lesen. Ich konnte mich so gut in Willow hineinversetzen, ihre Worte, ihr innerer Kampf und auch die Geschehnisse in ihrer Vergangenheit haben mich absolut zu Tränen gerührt und diese Geschichte ist so emotional, aber auch wunderschön. Ich finde es wirklich total genial, wie Emma Scott die Gefühle der beiden mit dem Theaterstück verschmelzen lässt und wie sie die Gefühle für den anderen jeweils mit den Worten von Shakespeare ausdrücken. Ich bin einfach so begeistert von dieser Geschichte. Sie hat mich tief berührt, erschüttert, aber auch wütend gemacht. Ja, es waren so viele Emotionen in mir. Das ist es, was eine perfekte Liebesgeschichte wirklich ausmacht, finde ich, dass sie uns so viel fühlen lässt. Für mich gehört dieses Buch zu den besten Büchern von Emma Scott und ist dabei auf einer Welle mit Bring Down the Stars und auch All In und gehört für mich auf jeden Fall zu den Top-Büchern im Bereich New Adult. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Neverdoubt, wenn ihr es schon gelesen habt oder ob ihr noch vorhabt, es zu lesen. Vielleicht habe ich ja euch ja auch ein wenig Lust auf dieses Buch gemacht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und natürlich einen super Start in die neue Woche. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!